Radio Zürichsee, da spielt die Musik. Hi Freunde, hier ist Bo Katzmann mit einem kleinen Special für Radio Zürichsee. Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch für alle anderen. Zum allerersten Mal, seit es die Welt gibt, singe ich jetzt live das Lied, das auf unserem neuen Album ist. Das Album heisst «Glory Day», die schönsten Gospelhymnen. Und das ist ein Song, der so ein bisschen countrymässig klingt. Und jetzt will ich schauen, ob ich den schon zustand bringe. Ich denke, ich habe mich das erste Mal, dass es ein öffentlicher O4. Okay. «Never Alone» heisst der Song. In the lonely city, it's hard of stone. Sees an old man, walking on his own. There's a cold wind blown, through the streets tonight. No vanity here, for the old man's plight. There's a million more in the homeless zone, but only a few. No, they're never alone, 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 alone. Where he makes his bed is where he calls home. Yeah, he's one of the few. No, he's never alone. He's one of the few. No, he's never alone. Yeah, das war's. Yeah, hope to see you soon. Bye. 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 Vielen Dank.